Hallo, liebe Deutschlerner! Ein paar von euch haben mich gebeten, einmal auf meiner Flöte zu spielen. Das ist meine Flöte. Dieses Instrument nennt man Flöte. Es ist ein Instrument und es nennt sich Flöte und es ist ein Holzblasinstrument. Es ist aus Holz und man spielt es, indem man in das Instrument pustet, in das Instrument bläst, deswegen Holzblasinstrument. Und heute werde ich euch ein Lied vorspielen, weil ihr mich darum gebeten habt und ihr könnt erraten, was dieses Lied ist. Ihr könnt den Namen des Liedes erraten und in die Kommentare schreiben. Wie heißt dieses Lied? Ich spiele es einmal vor. Ich spiele es einmal vor. Es war ja ein Flöte. Wenn es ich mich auf etwas in die inflictorieеров heraus kann, wenn esです. Ich spiele es allen. Ja, ich habe an manchen Stellen ein bisschen unsauber gespielt. Daran merkt ihr, dass ich noch ein bisschen üben muss mit meiner Flöte, aber ich hoffe, ihr konntet das Lied trotzdem erkennen. Wenn dir eingefallen ist, wie das Lied heißt, dann schreibe den Namen in die Kommentare. Ich bin mir sicher, du kennst das Lied, aber es kann sein, dass es dir nicht einfällt. Es kann sein, dass du denkst, das Lied klingt sehr bekannt, aber wie heißt das Lied? Und in dem Fall überleg ein kleines bisschen, was könnte dieses Lied sein und dann, wenn es dir einfällt, schreibe den Namen des Liedes in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie viele von euch erraten, wie das Lied heißt und versuche, dir den Namen zu überlegen, bevor du in die Kommentare schaust, weil wahrscheinlich ganz viele andere die richtige Lösung in die Kommentare schreiben. Wie heißt dieses Lied? Versuche, es zu erraten, ohne zu schummeln und dann sehen wir uns später. Vielen Dank fürs Zuschauen!